Willkommen zurück, Leute, zu Super Mario Odyssey. Wir sind immer noch in Bowsers Festung... Dings? Oh, ich habe soeben verstanden, wie wir dieses Rätsel lösen. Wir können einfach so eine Statue übernehmen und sie da hinpacken, wo wir sie hinhaben wollen. Okay. Und wir haben zwei davon, weil eine kommt hierhin, ne? Und die andere kann wahrscheinlich den Boden da zum Einstürzen bringen. Wäre zumindest schön, wenn das so wäre. So, wenn ihr im letzten Fall nicht gesehen habt, was hier schon alles so passiert ist, schaut euch das auf jeden Fall auch noch an. Nie so in einer Reihe. So, ich versuche es jetzt mit dem anderen auch nochmal, auf dieses coole Loch da zu gehen. Äh, sprinten können wir auch. Weil der sieht ziemlich schwer aus. Und ja, das klappt. Wunderbar. Und da kriegen wir auch den zweiten Mond wahrscheinlich. Ja, wunderbar. Cool. Aber das ist mal direkt gelöst. Also hier in diesem Bowser Castle ist es eigentlich gar nicht so schwer bisher. Untergrund ISO. Na, ist klar. Ich wusste, es muss einen Grund haben, dass es zwei dafür gibt. Und ja, wir haben es herausgefunden. Hier bin ich angekommen, ne? Das heißt, wir müssen hier weiter. Okay. Ab geht's! Die Broodles. Wir kommen! Ich würde gerne erstmal die Flagge da nehmen. Ups. Und dann nochmal hier umgucken, bevor ich mich in den Kampf begebe. Aha. Wofür? Wofür bist du? Was kann ich mit dir anstellen? Ich hätte mir erstmal die ganze Samtsituation angucken sollen, vielleicht. Bevor ich mir so einen Teil schnappe und dann einfach mal los reinne. Ähm. Ah, guck mal hier. Oh. Achso. Da muss man auf jeden Fall nicht immer das Stammverdacke machen. So. Haben wir da hinten jetzt irgendwie sowas verpasst? Ich hab keine leuchtenden Dings gesehen. Okay, ne Treppe hoch können wir auch. Das ist gut. Jetzt geh ich einfach mal mit dem wieder hier runter. Wahrscheinlich steht hier auch so ne Statue um die Ecke. Ach, komm her. Kommt her. Ihr armen Goombas. Aber, ihr wolltet es nicht anders. Und hier ist ein Gemälde. Ich muss doch irgendwo im Mond sein. Komm, wollt ihr mich veräppeln oder was? Könnt ihr mir nicht erzählen hier? Irgendwofür muss da gut sein. Ich mein, eigentlich könnten wir uns diese Teile hier ja auch mit einer Stammverdacke lösen, oder? Oder geht das nicht? Kann auch sein, dass das gar nicht geht. Als ob wir nur ein Herz bekommen. Als ob man hier keinen... ...Mond bekommt. Hm. Ich lass den mal hier stehen. Ciao. So, ist irgendein Bowser-Kopf falsch rum? Nein. Aber wartet mal. Da oben ist auch was. Da muss ich mal eben raufkommen, irgendwie. Das interessiert mich dann doch irgendwie gerade. Nicht? Jetzt ob ich so nicht weiterkomme. What the fuck? What the fuck? Dann machen wir mal so. Genau. So. Und dann... Bam. Easy going. Und wo komme ich denn dann hin? Wenn ich das benutze. Wo komme ich dann hin? Ist das wieder eine coole Abkürzung, oder was? Oder wie? Oder wo? Einfach mal machen. Zu einer Geheiminsel, oder was? Oh, mit drei von diesen komischen Hammerköppen. Ich weiß nicht, wie die heißen. Keine Ahnung. Sagtet mir. Sagtet mir ruhig, wie die heißen. Ich bin gespannt, was jetzt letztendlich hier auf mich wartet. Ich glaube, das ist eine gute Taktik gewesen. Oh, shit. Oh, ich kriege meine Stampfattacke da nicht so schnell hin. Das ist blöd. So. Nummer eins wäre... Vernichtet. Ja. So. Muss ich den jetzt diese ganzen Plattformen kaputt machen lassen? Ist das hier mein Ziel? Oder was? Was ist hier meine Mission? Autsch. Ich glaube, eigentlich bräuchte ich das, um gegen die Brügel zu kämpfen. Aber... Scheinbar mache ich das gerade anders. Autsch. Warum tue ich das? Nein, warum? Bäm. Puh. Konzentration. Wir dürfen nur nicht zu viele Herzen verlieren. Dann ist alles gut. Möchte dich leider nochmal sehen, wie du das hier kaputt machst. Danke. Und jetzt kannst du herkommen. Oder machen wir dich kaputt. Du hast nämlich einen Mond in deinem Kopf. Das sehe ich doch jetzt schon. Das war nicht so gut. Das war nicht so gut. Das war nicht so gut. Konzentrieren und Bäm. Idee. Wollen wir gerade schon sagen. Kein Mond? Aber gut, wir haben einen bekommen. Wunderbar. Und dafür ist auch dieser Stein da. Ich habe mich schon gewundert, ey. Warum hier? Warum hier Steine? Verstehen. So, jetzt gucken wir hier nochmal runter rum, ob hier noch irgendetwas ist. Und ja, wir haben leider unsere ganzen Extraherzen verspielt. Und dann müssen wir wohl so gegen die Broobles ankommen. Aber das ist okay. Ich dachte gerade, ich habe noch im Mond gehört, aber scheint wohl nicht so gewesen zu sein. So. Sollen wir nochmal auf das andere Haus drauf gucken, oder was? Hier nochmal hoch, oder wie? Okay, irgendwas ist. Ja, natürlich ist hier was. Minzen. Wunderbar. Cool, cool. Da habe ich natürlich sofort die Kampf-Plattform betreten. Muss ich gegen beide gleichzeitig kämpfen? Die Hochzeit steht kurz bevor und der Chef macht sich da vorne im Turm schickt für das große Ereignis. Ihr beide macht euch aber schnell aus dem Staub. Denn ihr steht nicht auf der Gästeliste. Okay, erstmal nur sie. Das ist gut. Ich weiß gar nicht mehr, was die für eine Taktik wert. Normalerweise. Ah, okay. Ich muss sie zurückschleidern oder so, ne? Okay, den ersten ausweichen und dann den dicken zurückschleudern, okay. Oh, und natürlich eine Stampf-Tutke machen. Beziehungsweise auf den Kopf einfach drauf springen. Reicht ja. Ah, ja. Das war die Geisteskranke, die so rumschreit. Ich erinnere mich. Dann rennen wir mal im, 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 im Kreis, Kreis. Dann rennen wir mal im, 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 im Kreis, Kreis. Dann rennen wir mal im, 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 im Kreis, Kreis. Dann rennen wir mal. mal ja okay und das ist lange gedauert oder was komm pack deine dicken dinger wieder aus geht doch dann schwing die mal bitte zu mir wieder zu langsam verdammte scheiße ich versuche jetzt einfach mal sowas hier auch so okay das wieder zu gehen das war nicht gut dort wird viel zu langsam verdammte scheiße das wird wieder nichts muss doch irgendwie gegen die ankommen dass wir nicht erzählen dass die so krass ist wo ich es nicht schaffe ihr schaden zuzufügen komm morgen jetzt pushen to the limit nicht zu mir noch mal auf ein neues du alter schreckschrauber come on oh hast du etwa keinen Helm mehr auf? du armes Ding du ah ok ups ok also wenn man Schaden mit einkalkuliert dann ist es gar nicht so schwer weil dann nervt man die einfach die ganze Zeit also halt auch wenn die ihre kleinen Dinger hier macht und dann packt die nämlich einfach wieder ihre Dicken aus und dann wird das gar nicht so schwer wenn man dann auch auf den Kopf drauf kommt ich verrasch'n verdammte alte Häckse das ist doch nicht wahr dann hat man es geschafft und dann sowas, oder wie BÄÄM PRRijn in Nase juckt So. Mann, war das eine Geburt, dieses Ding. Unglaublich. Okay, wir müssen also gegen beide kämpfen. Auf der anderen Plattform ist dann die andere, die wartet. Okay, ich verstehe. Hier ist bestimmt eine Heilung drin. Ja. Wäre auch gemeint, wenn nicht, ne? Die taucht aber auch nur während des Kampfes auf, okay. Ah, ne, da hinten ist noch eine andere. Hole ich mir die andere Heilung auch nochmal vorsichtshalber. Gut, dass man hier versorgt wird. Und man damit rechnet, dass so Noobs wie ich hier versuchen, den Kampf zu wagen. Ja, komm runter jetzt. Komm. Mach nicht viel Theater, komm runter. Ja, ja. Der Chef hat mich übertrieben, Alter, meinte er, er war tatenäckig. Das macht aber gar nichts, denn ich werde in der Familie Brudels oder ihre Macher und euch auswärtsen. Glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Du warst der Erste, den ich, glaube ich, bekämpft habe damals. Und du bist auch der Einfachste. So sehe ich das. Verdammt. Natürlich darf man sich da nicht treffen lassen. Weil sonst... Ja. Gut, Mann, dann wird man getroffen. Komm, machen wir den hier. Was macht er denn jetzt? Bam. Ja, ich stand natürlich genau drin. Pass auf, Mario. Pass auf. Einfach nur lange genug ausweichen. Dann passt das schon. Und ich bin tot. Facepalm. Facepalm. Warum öffn dir die Nase jetzt, verdammte Scheiße? Mann. So, nochmal. Brauchen wir einfach für jeden zwei Anläufe. Ey, was ist denn hier los? Das kann nicht sein. Bäm. Bäm. Also aufpapfen. Der legt sich irgendwann hin, wenn man ihn getroffen hat. Zwei genau auf einen. Alles klar. Jetzt verstehe ich deine Taktik. Du musst mich verarschen, oder was, Alter? Ich spring jetzt auf ihn drauf, verdammte Scheiße! Mann! Ja, wir sind wieder fast tot. Herzlichen Glückwunsch. Das brauchte ich. Definitiv brauchte ich das jetzt, ey. Das ist gefährlich. Mit seinen viel Hüten. Genau deswegen ist das gefährlich. Das ist doch nicht wahr! Okay, wir reißen uns zusammen. Wir machen es nochmal. Verlieren immer Münzen. Das ist das, was mich am meisten nervt. Das erste Mal ist ja richtig einfach. Brauchen wir nicht drüber reden, dass es einfach ist. Und dann schnapp... Der ist ja richtig. Einen Me찍. Die where, ich frage die Hüten kommt. Der ist doch sicherlich. Von mir, da sind wir noch zu mir. Also, das ist ja so. Der ist ja richtig. danke jetzt muss ich irgendwie herausfinden wie ich das schaffe ohne dass mir das jetzt alles zu viel wird muss die Hüte zwischendrum zerstören dann mache ich es mir einfacher das ist jetzt nicht dein Ernst ich sollte dann immer erst zur Seite laufen und nicht von ihm weg ja, das ist die Lösung das ist die Lösung jetzt kann es eigentlich gar nicht mehr schwer werden so richtig, weil jetzt hat er halt nicht mehr viele Hüte sollte ich nur noch aus seinem blöden Kopf kommen so hätte ich es direkt machen müssen direkt, aber habe ich nicht ja, man kann ja nicht immer alles von Anfang an wissen also, wir sind ja auch keine Übermenschen oder so wir erkunden hier alles nach und nach die anderen beiden Brutals muss ich bestimmt gleich besiegen, ne? aber ist das dann schon das Finale? nein, das kann doch nicht sein Konfrontation mit den Brutals das müsste das ja gleich halten Konfrontation mit den Brutals 2 nein, nein, nein was bedeutet jetzt dieses Symbol da drauf? wofür steht das? Abrechnung in Bosers Festung sieht im ersten Moment sehr herausfordernd aus aber wer weiß wer weiß vielleicht ist das gar nicht so schwer na gut wäre bei den Brutals schon verkackt, ne? wenn wir das hier bestimmt auch nicht einfach haben endlich haben wir den Haupthof erreicht was ist eigentlich mit den Lampen? kann ich damit irgendwas machen? ja, okay ich kann die kurz ausmachen, alles klar ein bisschen minimal bin ich konzentriert wir gehen jetzt erstmal hier alles ab um die Münzen und sowas zu bekommen kann also quasi die komplette Festung langlaufen krass und da drauf kommt man kommt man doch auch irgendwie, oder? könnte mir nicht erzählen irgendwie mit diesem mit diesem Vogel oder so ach, warte mal da da ist ja auch noch was ja, okay da kommen wir nicht so einfach hoch ähm aber hier könnte man natürlich einfach mit einem Rückkehrsalter oder Stampfabtacke quasi oh bin ein bisschen konzentriert wie ihr merkt aber wir machen gleich auch wahrscheinlich erstmal Pause wieder gehen wir den Weg wohin geht's okay einfach durchgehend schütteln das Ding ein Mond für dich nice das war also nur für einen Mond dann gehen wir mal zurück man kann auch zwischendrin loslassen beziehungsweise abspringen aber das werde ich mal nicht tun weil es ein bisschen gefährlich ist meines Erachtens nach wieso macht er kein Rückwärtssalto versuchen wir mal auf das Nachbardach zu kommen war zu krass beim Messen kriegen's auch so hin gut das ist gut wenn wir das auch so hinkriegen tun das ist doch ein Mond oder nicht schade es endelte ein bisschen Mond ich dachte da könnte man vielleicht auch noch einen Mond rausbekommen aber war nicht so vielleicht die auf der Seite ne auch nicht okay also ich krieg so Adrenalin irgendwie so ein bisschen krank oder ich bin krank ey okay boza boza du wartest bestimmt schon auf mich oder wir werden uns noch früh genug sehen glaub es mir glaub es mir so dann gehen wir mal den Weg unten weiter hier hätten wir wieder so eine Metallbox und hier haben wir wieder diese Art von Gegner die ja doch so ziemlich gefährlich sein kann aber die kann nicht alle Steine kaputt machen oder? so und der kommt immer wieder ey nervig nervig und dem Wasser könnte man dann theoretisch auch nach unten kann der Vogel denn der kann wahrscheinlich nicht schwimmen oder? hier wird neu ist dass ein Vogel schwimmen kann aber man kann auf jeden Fall hier obwohl wir können es ja einfach mal ausprobieren ob der schwimmen kann aber erst gehe ich hier hoch was wahrscheinlich der eigentliche Weg ist hier weiter hoch zu gehen ah ok ich will dir ich will dir klar ich hab dich noch getroffen du Sack ey ok wir gehen erstmal wieder runter und gucken mal ob der schwimmen kann nein kann er nicht ok das habe ich mir gedacht was mit euch Kois hier kann ich mit euch irgendwas machen einmal kurz wieder Luft holen und dann gehe ich wieder runter ah ja ok ein Mond den hätte man da hinten dann in dem anderen Gewässer sehen können wenn man da runter geht aber warum sollte ich den sehen wenn ich direkt hin kann komm wir nehmen einfach mal dieses Teil hier und gucken ob wir irgendwas sehen was wir so vorher vielleicht noch nicht gesehen haben oder ob wir irgendwas über über ja nicht geholt haben was wir hätten holen können das sieht glaube ich ganz gut aus bisher ok das heißt wir könnten weiter gehen das war gemein das war definitiv gemein also ok oh shit hier brauche ich ja dieses Ding oh man habe ich vergessen ist denn hier unten dennoch irgendwas im Wasser ich muss einfach mal gucken ich hätte ja sein können dass hier auch Münzen versteckt sind deswegen frage ich ich will mir dieses blöde Vieh holen hier was mich gleich noch töten wird wahrscheinlich so ein ach nein nicht dein Ernst so als ob diese Sprüge hier so schwer wären aber sie zwingen einen dazu sie zwingen einen dazu dieses Vieh mitten zu nehmen weil du kommst hier nicht hoch da bin ich mir sicher aber hier kann ich dann wieder als normaler Mario weitergehen hoffe ich doch ja das sieht gut aus schau ey nein warum ist das so nah an mir explodiert ich gehe nochmal dein Ernst jetzt bin ich da wieder mit einem scheiß Herz oder was das kann ja nicht dein Ernst sein ey da holy fuckeroni so diesmal kriege ich keinen Schaden ich sag's euch ich sag es euch diesmal kriege ich keinen Schaden und wenn doch dann rast dich aus bin ich nämlich der professionelle Killer hier das war knapp aber ich habe keinen Schaden bekommen okay ich habe keinen Schaden bekommen schnell weiter erstmal halbzeit mitnehmen das ist wichtig was zappelt denn da so warm tanzen die wie ist das möglich hier ist doch im mond drin 100 pro das leuchtet schon so hab ich ja gesagt hab ich ja gesagt aber gut nach diesem Moment machen wir hier erstmal Pause und ich würde sagen ich hoffe euch hat das gefallen wenn ja zeigt es mit einem Daumen hoch und wenn ihr Tipps für mich habt schreibt es in die Kommentare falls ihr nichts mehr verpassen wollt lasst ein kostenloses Abo doch bis zum nächsten Mal und ciao ciao